Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Moin. Guten Tag. So, und die Sound-Aufnahme habe ich dir schon mal geschickt, ne? Danke dir. Jo, bitte. Äh, das gibt's hier alles nicht. Nächste Haltestelle, Hölderlin Straße. Ich bin dann auch noch. Später dann wieder online. Jo, danke fürs dabei sein. Jo, gerne doch. Ciao, ciao. Ciao. Nächste Haltestelle, Hermann-Luis-Straße. Ich hab's noch vergessen, ehrlich. Wo ist der andere, weiß ich was Scheiße von. Hallo? Hallo? Ja, bisschen. Das ist ja verlorene Sau. Ja, also auf der Strecke die 261 da, das ist schon ein bisschen... ...ganz komisch, ey. Die ist ein Krampf, mir auch nicht. Ey, na, den Krampf, aber du kriegst so viel Verführung rein, das macht überhaupt keinen Sinn, ey. Das meinte ich. Nächste Haltestelle, Lindhuis-Straße. Und noch weiter ran. Was ist der Kreuz ohne Bau und ich hasse es? Ehrlich. Einen Fahrschein. Tarifbereich A, bitte. Oh, man darf einen 50 fahren. Der hast du jetzt nicht gemacht hier. Was? Ach, nein. Hat er gecrasht, oder was? Nee, das nicht, aber... Der hat mir grad den völlig falschen... Nächste Haltestelle, Seniorenheim St. Teresa. Ja, ganz verbunden. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Ich frag mich grad, wo das Seniorenheim ist. Hä, da steht einer. Ja, Gott. Ich frag mich grad, wie er da drauf kommt, um Spline zu verbinden, den er gar nicht verbinden sollte. Toll. Die Frage stell ich mir grad eher. Der Affe. Ja. Super. Jetzt hab ich den Soldat. Ein zur Kreuzung. Gott. Nächste Haltestelle, Nibelungenweg. Äh, ganz großes Kiel hier. Super. Hi. Oh, das ist schon mal repariert. Was? Hier sollen wir 30 fahren? Was geht denn hier ab? Okay, das ist schon mal wieder repariert. Gibt's ein paar? Okay. Nein. Kann mir einer erklären, warum er hier 30 fahren soll? Das muss bestimmt ein Fehler sein. Oh, yo, ich werd geblitzt. Sorry, Justin. Musst du sein. Ja, musst du doch selber zahlen. Ich weiß. Fahndungsfoto. Ja, scheißegal. Dann krieg endlich mal ein gescheites Fahndungsfoto. Toll. Toll. Ganz großes Kino. Paparazzi-Bild, ne? Mhm. Aber das ist doch hier total trostlos. Was soll denn hier sein? Ach, was machst du denn hier, du halbgarer Vollpfosten? Lieber Chad, falls ihr euch wundert, Justin baut gerade ein bisschen an der Map rum. Das schlechpl通, der wir hier machen, ja? Ja mit mich ja. Mit mir piep 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 piep. Mhmh. Du merkst einen Rauchgeruch im Bus, ehrlich jetzt? Ach, nö. Ja, ich hab dir gesagt, mach die Kippen aus in meinen Bussen. Der hat immer gesagt. Willst du aber nie auf mich hören? Guten Tag. Jo, was geht? Denkt einfach jetzt an zwei Seiten an der Kreuzung. Ich fass es nicht. Brandstiftung im Buschasse. Was helf ich denn davon? Dann muss ich mal wieder ein Schild aufhängen. Bitte mich hauchen. Nächste Haltestelle, Stadtwald. Hm? Hm? Hass. Nein, die Strecke bin ich schon nicht zu oft gefahren, also die hat es auf jeden Fall. Er verbindet mir halt einfach andere Kurven, die er nicht verbinden soll. Hast du halb nicht getrunken, Editor? Nein, nein. Hast du irgendwie Fieber? Jetzt geht es los, ehrlich. Langsam macht der Editor mir Angst. Ach was. Jetzt habe ich wieder den Salat, das er das nicht verbindet. Egal. Jetzt bin ich überhaupt mehr schön. Nächste Haltestelle, Nordfriedhof. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, weil ich es gerade ein bisschen spannend finde. Diesen Lidienverlauf hier. So, jetzt machen wir das halt hier nochmal. Lass mich doch nicht ärgern hier. Was ist denn los mit dir? Woll dich. So, du da. So. Du, Jalla, hier. Nächste Haltestelle an der Willwiesen. Ja, das ist noch nicht ganz so wie ich es will, aber da kommen wir schon nach. Ja, nochmal. Ja, gut, okay, es ist ja immer noch nicht ganz so wie ich will, aber es ist verbunden. Ja, nochmal. Ja, mit 30. Ich muss dann halt das nicht zulassen. Nächste Haltestelle am Weckelsberg. Das ist ja nicht das Problem. Ja, hat er. Ja, das ist ja nicht das Problem. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo wir auch sind. Ja, ja. Wir sind, also du bist auf Metropole Ruhrgebiet. Mhm. Wie ich mir mal so gesagt habe. Wow. Ja. Ja, ich werde mal gleich nochmal einen 4-Stunden-Plan machen. Aber keine Sorge, ich verrate es keinem, dass du auf Metropole Ruhrgebiet bist. Ja, ja. Erst blinkt dann, dann fährt er da gerade aus. Du bist ne KI. Ja, Love-Mob, ja. Ey, weißt du, woran das liegen könnte? Hm? Das ist die Wirtschaft von Kevindich mal gewesen. Ach, voll die Verwirrung, ne? Ey, glaub mal. Also ich will nicht wissen, wie oft der einen sitzen hatte, als der das Erinnerung gebaut hat. Aber der muss ziemlich oft besoffen gewesen sein. Bitte nicht. Also, manchmal denke ich mir wirklich, Junge, was hast du da gemacht? Nächste Haltestelle, Nordring. Also, ehrlich, das ist ihm gar nicht. Weil wenn du dir überlegst, wie die Fahrzeuge teilweise rüberziehen, weißt du? Da denke ich mir wirklich jedes Mal, was hast du da getan? Ich habe mir das mal im Editor angeguckt, ne? Hm. Was da für Kurven drin sind? Alter Schwede. Das haut dich von den Socken, ehrlich. Das ist nicht normal. Was will ich da machen? Da kannst du dir nur so eins zwiebeln, dass du es im besten Fall nicht mehr merkst. Anlass geht da schon gar nicht mehr. Du kannst das anders nicht mehr ertragen, dann soll ich dir ehrlich. Das ist... Also, ich bin kein Gegner von ihm. Das bin ich nicht. Aber wenn ich manche Stellen auf Ruhrgebiet... Ah, da hat er ich mit mir selber, sag ich dir ehrlich. Also, da könnte ich auch echt sauer werden, wenn ich das sehe. Mhm. So. Ah, fuck, hast du Kontrollarmarmes? Nehmeh. Aber da haben wir auch gesagt. Nächste Haltestelle. Eigenmarkt. Dieser Bus verkehrt als Linie 262 weiter. Nein, eben nicht. Dann vielleicht für die Rückfahrt. Ich muss nämlich dringend mal einen Boxenstopp einlegen. Cool, ich komme. Es wird direkt grün. So wünsche ich mir das doch. Ja. Ja, und du fährst direkt drüber. Du bist eine KI. Ja, Riede. So. Wunderbar. Dann. Haben wir ja nicht mal wieder eine tolle Tour aufgenommen, wie ich finde. Und. Kann auch dementsprechend sagen. Hat Spaß gemacht. Justin, danke schön, dass auch du da warst. Ja, kann dir. Und. Ja. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Und. Ja. Bis dahin. Ciao, ciao.